Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARK Fjordur. Mit Jubro. Hallo. Tag 3 im Schlusskanal hier. Wo bist du denn? Warte mal, wo muss ich denn hinlaufen? Warte doch einfach, ich soll dir doch jetzt noch ein Boos-Teil mitbringen. Ja, ich laufe doch hier nur rum. Sehr nackig. Ja, frag dich warum. Nein! Nein! Haha! Entschuldigung. Ich hab's getötet. Ich hab kein Essen dabei, ist auch nicht schlimm. Ich will das Tier mal hier testen. Voll, das macht ja so viel Schaden, das kann sich doch nicht mal irgendwo dranhängen. Nyaaum. Warte mal, bist du ein Hähnchen? Du bist ein Hähnchen. Du warst ein Hähnchen. War das gemein? War völlig normal. Alles ganz normal. Alles ganz normal bei uns. Bin hier unten an dem Schiff-Dingsbums, ne? Da! Unsere Mushups! Hey, dann bin ich doch hier in der Nähe von der Höhle, oder nicht? Ja. Dann laufe ich schon mal zur Höhle. Ich warte vor dem Höhle. Ich mach das. Nyaaum! Oh, da läuft ein Leucht- da ist ein Leuchtekäfer! Komm her, dich schaden! Komm her, ich will dich fressen! Ah! Ja, moin! Ich mein, der Jonikus kann da drin. Bist du da jetzt reingekommen? Hallo! Ähm. Es ruckelt. Nimm dir mal die Rüstung hier raus. Warte mal, es ruckelt. Ich geh in eine Höhle, es ruckelt. Ich seh dich hier mal rein und rausfliegen. Ja, ist doch voll cool, oder? Du siehst mich rein und rausfliegen und ich hab ein Standbild, das ist auch witzig. Ja, jetzt stehst du. Ne, ich hab immer noch ein Standbild. Das heißt also, das Standbild müsste gleich irgendwann zu Ende sein. Ja. Na moin. Und das soll ich jetzt bei dir unten da aus dem Tier rausnehmen, ja? Mein Oberteil! Kann ich da mit dem Tier runterlaufen, oder... Ja. Hier gucken wir mal. Wenn du nicht lieb bist. Ja, die sind doch drin. Ach, ich hatte mein Mikro gemutet. Du hast, du hast am Arsch ein Insekten rumlaufen. Das macht nichts. Da, Pilze. Miau! Ich weiß nicht warum. Normalerweise müsste hier Strahlung sein. Da. Da ist ein Scheinhorn. Da ist ein Scheinhorn. Dann nehm ich das kleinere. Bist du ein Mädchen? Oh ja, es ist hübsch. Es hat einen pinken Streifen, das will ich unbedingt haben. Beides Mädchen. Das hat aber einen pinken Streifen, das will ich haben. Du magst doch gar kein Ding. Mir egal. Ich will es trotzdem haben, weil es schwarz ist. Komm her. Der andere auch. Nein, das hier ist schöner. Ich glaube, ich habe doch diesen höheren Level. Hä? Was hast du denn? 2,70. Ja, ich habe 2,61. Egal, passt schon. Ist schön. Läuft eine Rollrat. Eine Rollratte. Guck mal, meine Ziege kommen zu deiner. Hey, deine hat gar keinen pinken Streifen. Meiner hat einen pinken Streifen. Ja, weiß ich. Ich habe ja nicht gesagt, dass meine einen hat. Meiner hat auch pinke Hörnchen. Bleib stehen. Wann willst du wieder fressen? Fress. Es will nicht. Es kackt nur. Hat deins schon ein zweites Mal gefressen? Ja. Warum? Bitte mal jetzt. Warum? Meins will nicht. Meins ist kaputt. Nein, jetzt wird es endlich das zweite Mal gefressen. Friss. Die Ziege. Meins ist fertig. Oh, Cheater. Meins läuft hier durch irgendwelche Gestrüppe. Hallo. Okay, Katze. Jetzt muss die Katze einkühlen, oder wat? Ja. Ich glaube, zweimal muss meins jetzt noch fressen. Aber wie viel Lack kann man haben, bitte hier rein zu fliegen? Es sind gleich zwei hohe Ziegen zu finden. Warte mal, fressen die jetzt nicht gleich die Pilze? Hat sie noch normale Beeren? Ich hab es! Ja, hat nen Namen. Was kann ich denen geben? Normale Beeren. Ich hab keinen dabei. Oh ne. Oh ne. Kann ich hier welche krabbel? Ich krieg hier... Äh... Jugo, komm mal her. Ja? Komm mal, komm mal, komm mal her. Ja, was denn? Grabbel mal. Grabbel mal hier an diesen Stacheln. Oder was auch immer es ist. Ja. Hast du auch Kristall und so rausgekriegt? Ja. Und was greift hier an? Aua! Da, dein Tier wird angegriffen. Lass das, Drecksack. Hallo? Kann das sein, da... Hier sind blaue Kristalle. Ja, ich hab schon über tausend drinnen abgebaut. Kannst du auch mal abbauen? Da! Kannst du ja mal? Hab ich schon. So ein paar. Oh, guck mal, hier oben ist so ein Ding. Was ist denn? Was ist denn Ding? Hier diese... Ah, die Ladestation. Ich... Jetzt will ich das hier erkunden. Ja, solange keine Strahlung auftaucht, können wir jetzt mal weitergehen. Ja, warte, ich muss hier kurz leveln. Ich weiß nicht, warum keine Strahlung da ist. Ich glaube, das wurde ausgelöst. Gibt es auch hier drin noch andere Kristalle? Müssen wir weiter runter. Spino! Spino! Mampfen! Mampfen! Oh, das ist 261! Nicht Mampfen! Nicht Mampfen! Ich glaube, du kannst den Mund... Ich weiß nicht, ob die den Zählen sagen. Doch, das sind die Aberrant Spinos. Ja, noch drei Wehle. Was ist hinter mir? Was... Was haut mich an? Ich weiß nicht, warum du bist. Geradeaus in die Hilde rein. Ja, du bist wieder so aufgerät. Hallo! Ich bin wieder weg. Hier, hallo. Hier rein. Hier rein. Hier rein. Hier war ein Spino. Aber der ist immer noch da. Der ist dort da. Aua! Nicht töten. Aua! Hier ist ein Drop! Okay, töte ihn doch! Oh! Wo kommt der denn hier? Das war ein Rock Deck. Den will ich haben. Oh! Hilfe! Ich werde geschossen! Lass das! Dreck sau! Was? Was ist das denn hier? Was ist das? Hilfe! Der Spino! Und eben immer noch! Lass das! Dann töte ich dich jetzt! Lass es! Ich hab dich gewarnt! Warte mal! Warte mal! Oh, Kakinos! Kakinos! Ja, viel mehr ist sie aber nicht. Oh, die Kakinos ist Level 52. Können wir die dann 10? Was? Das kannst du gerne machen. Ne, wir! Da hinten sind Ravager. Da sind rote Edelsteine. Ja, ja, aber die Kakinos hat mich. Gigi will mich töten. Nein! Schmecke nicht! Gehst du hier weg? Gehst du hier weg? Geh weg! Vorsicht, sie kommt in deine Richtung. Äh, ich hab so'n Rüstungsteil bekommen. Was hast du bekommen? So'n Rüstungsteil für den Griffin. Hat deiner schon eins drauf? Hast du den jetzt getötet? Ja. Ey! Hast du noch gesagt? Nein! Ich hab gesagt, nicht töten! Ach so, hab ich falsch verstanden. Jetzt komm ich auch runter. Ich hab verstanden Hilfe. Bring den sofort um. Nein! Ich hab gesagt, nicht töten. Zähne! Dann Rabatjea! Rabatjea! Manni! Hihi! Ich bin hinten angeschlichen. Hier sind die Vögel! Was hat denn der für'n Level? 45. Komm her! Guck mal, hier ist ein... Oh, Versammel! Hier, rote Steine. Hast du rote Steine schon aufgenommen? Bin grad dabei. Okay, mach ich mit. Ich nehm auch nur über 500 mit, weil du musst mich nachher hier hoch tragen wahrscheinlich. Äh! Ich guck mal kurz zwei Meter weiter hier geradeaus, ne? Ja, da geht's schon wieder zum Ausgang. Ja, hier ist ein Ravager. Hallo! Getötet. Hier geht's Richtung Ausgang? Ja. Hier unten ist ein roter Drop. Den will ich haben. Du musst herkommen. Du willst den haben und ich muss herkommen. Ja! Du musst mir helfen! Dann hol' ich mir den doch. Ne! Dann! Hier ist ein Scheinhorn! Ich hab's schon weiß. Bist du männlich? Männlich ist 45er. Nein, ich hänge! Nein! Das ist meiner! Weg da! Oh Mann! Der tägliche Wahnsinn bei uns. Das Feinhorn ist vielleicht da. Da ist ein Spino. Spino? 36. Der kann er pressen. Komm her! Oh nein! Ich hab'n Scheinhorn getötet! Ich hab'n Scheinhorn getötet! Oh oh! Oh oh! Da roll'n heut'n Läufe! Da ist noch'n Scheinhorn! Bitte sei männlich und hoch! Level 99 männlich! Der ist schlecht, ne? Warum hänge ich hier schon wieder in der Ecke? Oh oh! Hallo! Hallo! Hui! Hui! Also irgendwie darf ich keine grünen Gems, ne? Haha! Ich hab'n getötet! Da ist noch'n 270er Weibchen gesporen. Wo? Hier, da ich da mal hingehen! Was ist da? Das ist vor mir. Wollen wir das da auch noch mitnehmen oder wie? Wenn du möchtest. Wollen wir mal dich jetzt auch noch mitkommen. Männchen sind leider alle low. Ja. Es gibt keine Männchen. Es gibt noch hohe Weiber. Oh, jetzt rennt das wieder so hoch weit hoch. Komm mit. Ich werde da nicht erreichen. Schöp, 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 schöp. Lass du jetzt auch mal rüber raus? Hör auf damit! Hör auf! Sitz! Ja, fein, dreh um. Nein, umdrehen! Hallo, ich rede mit dir! Hallo, Ziege! Warum laufe ich hier drinnen eigentlich ohne Gamma rum? Kann mich von jemand verraten? Ja, weil es ja milchig ist. Ich weiß es wieder. Oh! Es ist gegen mich, gegen mich. Also, die frisst auch schneller als meine vorhin. Die krowe ich gleich ein. Komm hier! Geil! Ähm, du weißt schon, dass du da grad gegen ein Fleisch fassern musst. Mäh! Mäh! Und das jetzt eingekommen? M-matt, m-matt! Bist du schon nach Hause geflogen? Nein, ich steh vorbei. Wie oft fliege ich jetzt über dich drüber hinweg? Also, früher konnte ich so eine Späße nicht machen. Da wäre ich mit einer Kühle oder so über die halbe Minute geflogen. Ah, weiß nicht, waren wir dann zusammen ein Tribe, als ich mit dem Ankylo quer über die Web geflogen bin, auf The Center? Glaube nicht. Ich glaube doch. Da denke ich nicht dran. Ich glaube, da warst du gerade nicht online. Doch, das war The Center damals. Da waren wir, glaube ich, wirklich zusammen ein Tribe. Da war ich unten am Fuß und wir hatten Metall gefahren. Ich saß auf einem Kühlo, da wollte man mich absetzen, aber ich hatte so einen fetten Lack, dass ich, ähm, Körper mitgeflogen bin. Warte mal, wo muss ich jetzt lang zur Base? Juhu. Hallo. Was, was, was schmeißt du hin? Willst du jetzt mitfliegen oder nicht? Kannst du mein halbes Inventar noch mittragen? Ja, kann. Dann nehme ich das mit, dann nehme ich das mit, das mit, das mit in mein Inventar. Ich kann auch dein ganzes Inventar noch mittragen. Hm. Weg mit dem Fleisch. Kann mich sonst nicht bewegen. So. Wir haben einen, hallo? Einen hallo, sehr gut. Einen Pelagor, das hat mir einen überragenden. Einen überragenden Bluchen und noch einen Bluchen. Das kann raus. Das kann raus. Das kann raus. Das kann raus. 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 Ähm, das nehme ich jetzt alles in mein Inventar. Da ist die zweite Kryo-Kapsel. Rütti, du wirst eingekrypt. Ups. Ich hab sie gehauen. Ich bin ein schlechtes Fauchen. Kristall? Gott. Wahrscheinlich schmeißt er gleich die Hälfte davon wieder raus. Hier, guck mal, für deinen Gryphon. Oh, cool. Ach, 48 Rüstung. Wie du hier? Ja. Hab ich gerade von dem Ockdrake bekommen. Hier, weil du sagst, ich darf immer nichts wegschmeißen. Lass auf deine. Wann ich mich jetzt bewegen? Ja. Auf, auf. Fertig? Ja. Fangen wir los? Ja. Darf ich mal was sagen? Ich glaube, du stehst mittlerweile hinten drauf. Oder sitze ich? Ich glaube, du stehst. Ich glaube auch. Ich kann's nicht sehen. So, genau. Oh, wir kommen in die Nähe von der Base. Gucke. Also hast du mir mit der Höhle ganz umsonst Angst gemacht. Also ich, das letzte Mal drin war, war da noch Strahlung. Das ist gerade mal eine Woche her. Ja, siehst du mal, was sich alles in einer Woche verändert. Oh, der macht ja auch jeden Tag ein Update. Jeden Tag? Oh Gott. So ziemlich. Komm, morgen schon wieder updaten. Was wird uns da los? So, jetzt mach ich es ein. Oh Mann, ey. Äh, Aktionen. Nein. Ach, verhalten. Fahrung aktivieren. So, weil sie jetzt auch gelevelt ist. Kann ich so ein bisschen... Wo soll ich die kleinen Ziege hinschmeißen? Sagen, zu den anderen Kleidieren. Nein. Die kommt nicht in der Nähe von diesem blöden... ...Pego Mastrax. Du hast den gezählt. Hallo, der macht aber nur Krach. Ziegen dürfen ins Schlafzimmer. Da, gucke. Dann kommt meine Katze auch ins Schlafzimmer. Da darfst du ja auch. Die macht ja keinen Krach. Und wenn, ist der Krach angenehm. Auch in diesem Licht. Der Pego Mastrax. Ich hab ja gesagt, ich baue ihn so eine Eimer ein, Hütte. Und dann... ...lass ich ihn da drin vergasen. Aber ich baue auch keine Tür rein, damit nie wieder jemand diese Tür öffnet. Du kannst dir auch einfach die S-Plus... ...Boolgander bauen und die töten. Nein. Ich denk dran, ich will alle Tiere erzählen. Alle. Mhm. Aha. Da geht das. Ein paar, die machst du alleine. Wem? Ein paar Dinos ist alleine, Mann. Welche? Ich so gerne mache. Welche denn? Wo Pio Gnatis zum Beispiel? Ach komm. Ach komm. Der ist doch chillig. Mit dem richtigen Futter. Keine Lust drauf. Was? Keine Lust drauf. Mag die nicht. Du magst die nicht? Nein. Oh, die ist aber voll hübsch. Oh, ich hab die auf die Nase geschlagen. Nein, hab ich nicht. Hab ich jetzt draufgelevelt. Keine Ahnung. Oh, Leben zweimal. Oh, es blutet. Es tut mir leid. Komm auf meine Schulter. Ich glaub, dich lass ich erstmal in der Base. Ich glaub, ich nehm erstmal das andere mit. Du heilst. Nein, nicht ins Bett. Es ist unterm Bett. Komm nicht mehr an die Ziege ran. Auf jetzt. Es ist... Es läuft. Wow. Okay, gut. Dann beende ich an dieser Stelle die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.